Moin Leute, Venom's to the back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Es gibt eine Sache, die wirklich jeder einzelne GTA 5 Online Spieler von euch unbedingt heute noch machen sollte. Außerdem ist morgen Donnerstag, das heißt morgen bekommen wir ein neues kostenloses Casino Auto und ein neues wirkliches Update. Genau darum soll es hier in diesem Video gehen. Falls du neu bist, lass kurz ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen und mach auf jeden Fall noch die Glocke an, damit du keine weiteren Videos oder Livestreams mehr verpasst. Jetzt starten wir rein in das heutige Video. Noch einmal bitte ganz kurz jetzt den Wecker für morgen früh um 9.30 Uhr stellen, denn wir bekommen ja eben das neue wöchentliche Update und das werden wir wie gesagt ab 9.30 Uhr gemeinsam. Livestream werden dann herausfinden, was alles für Neues, was wir für neue Rabatte bekommen und auch natürlich was das neue kostenlose Casino Auto ist. Morgen ist glaube ich sowieso Feiertag, von daher glaube ich müssen die meisten nicht arbeiten oder nicht zur Schule gehen. Könnt mir trotzdem an der Stelle gerne reinschreiben, wer von euch morgen alles frei hat und wer nicht. Das Video richtet sich besonders an alle Leute, die eben Warstock Fahrzeuge feiern oder generell einfach bewaffnete Sachen in GTA Online. Ihr solltet heute unbedingt nochmal zuschlagen. Die Leute, die sich mit der aktuellen Event Woche schon auseinandergesetzt haben, die wissen schon, aber ganz wichtig Freunde, heute ist der letzte Tag. Und das sind gerade die letzten Stunden, an denen ihr eben diese ganzen Fahrzeuge, die ihr gleich sehen könnt, billiger bekommt. Das wäre die Avenger zum Beispiel, die ist extrem reduziert. Das wäre dann einmal hier der Scramjet, der ist um mehrere Millionen Dollar runtergesetzt. Das wären diese ganzen Fahrzeuge, der Kanjali-Panzer, der Thruster, der Wasserwerfer. Weiter geht es mit dem Tschernobock, auch der ist noch extrem reduziert. Das war immer noch nicht alles Freunde. Es geht weiter mit dem Rocket Voltic, der ist um einiges billiger. Und dann auch noch die Hydra. Das sind alles Fahrzeuge, die ihr wirklich nur noch jetzt billiger bekommen könnt. Also falls euch eines der gerade eben gezeigten Fahrzeuge interessiert und ihr das noch nicht habt, dann schlagt bitte jetzt unbedingt zu. Ab morgen früh um 10.15 Uhr gibt es diese Fahrzeuge nicht mehr im Rabatt. Und vor allem sowas wie die Avenger ist einfach ein extrem wichtiges Fahrzeug in GTA. Und da es so eine krasse Event Woche mit so vielen Rabatten sowieso gefühlt ewig nicht mehr gab, sollte man doppelt das Ganze ausnutzen. Wir kriegen morgen früh um 10.15 Uhr ein neues kostenloses Casino-Auto. Dafür haben wir 6 Stück zur Auswahl, die werden wir uns auch noch mal ganz kurz jetzt anschauen. Wir fangen an bei, ich würde mal sagen, dem schlechtesten Fahrzeug. Das wäre nämlich einmal ein Fahrzeug bei San Andreas. Und zwar wäre das hier irgendwo der Truppos Rally. Wo haben wir ihn denn? Der müsste jetzt hier kommen. Genau, für 816.000, der könnte morgen ins Casino kommen. Dann geht es weiter bei Legendary Motorsport mit der Hakucho Drag. Die könnte jetzt langsam echt mal kommen. Ist schon einige Wochen oder sogar mehrere Monate auf der Podiumsliste. Auch die könnte eben morgen erscheinen. Dann haben wir den Overflute Entity XF auf der Liste für knapp 800k. Ist jetzt schon ein, ja, sportlicheres Fahrzeug, sagen wir es mal so. Der könnte auch morgen erscheinen. Als nächstes hätten wir den Karin Sultan RS für normalerweise 1,7 Millionen Dollar. Auch der könnte morgen kostenlos im Casino am Start sein. Ist ein schönes OG-Fahrzeug. Das vorletzte Fahrzeug ist der Enos Win Store. Und zwar für 900.000 GTA-Dollar. Auch der könnte kommen. Und zu guter Letzt, das womit Abstand teuerste und auch beste Fahrzeug auf der ganzen Liste ist der Entity XXR. Mit einem stolzen Preis von 2,3 Millionen Dollar. Also wenn der gerade ins Casino kommt, dann auf jeden Fall einmal am Tag drehen. Darauf freue ich mich am meisten. Ich würde sagen, du schreibst jetzt auf jeden Fall mal in die Kommentare. Erstens, was du dir in der Woche von den Warstok Rabatten schon gekauft hast. Und zweitens, auf welches Fahrzeug du dich von den Casino Autos eben am meisten freust. Dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, kurz einen Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Decker für morgen stellen. Ab 9.30 Uhr sehen wir uns. Bis dann, macht's gut Freunde, haut rein und ciao.